Oh mein Gott, Freunde, ich bin gerade auf dem Kevin-Account, der hat das hier alles angelassen. Der wollte gerade nur kurz irgendwie Brötchen oder so holen gehen und dann mit Lukas aufnehmen. Ich muss ganz schnell Finn anrufen. Hallo, Finn, komm mal ganz schnell auf Discord. Bis gleich. Hallo? Hallo, Finn, guck mal, was ich habe. Oh, du bist auf Kevins Account. Ich bin auf Kevins Account, der ist gerade beim Bäcker oder so und ich habe den Handy hier gefunden und jetzt wollen wir den Account kaputt machen. Oha, aber er wird dann voll böse sein, wenn wir das machen. Nee, der Sieger sieht das gar nicht. Glaub mir, der ist ein bisschen doof manchmal. Okay, dann machen wir das. Okay, was wollen wir zuerst machen? Wollen wir seinen Namen ändern? Ja, aber ich will Namen aussuchen. Okay, du darfst Namen sagen. Namen ändern. Wie wollen wir sagen, der heißt jetzt? Jetzt geh mal ganz rechts hin und dann überlege ich mir, was ich da so finde. Mach einfach mal so diese Büroklammer. Ja, mach einfach die ganz auf, dann weiß Kevin gar nicht, was abgeht und denkt, Name ist Glitch. Ganz viel Büroklammer. Okay, das ist gut. Guck mal, wie das aussieht. Kevin, wir denken, es ist ein neuer Namensglitz in Brollstars. Ja, sollen wir auch sein Profilbild machen? Mhm, mach diesen Stern ganz oben. Wer ist denn den? Ja. Schau mal, da blinkt was oben. Was ist das? Brollstars Schupport. Der hat einfach so einen Pin bekommen. Loll, was? Oh, Klammer Ruffles. Ruffles. Der klatscht jetzt. Voll cool. Oh, der klatscht auch. Das ist ja cool. Wieso hat er die gescheit bekommen? Weiß ich nicht. Hast du die bekommen? Hm, ich hab die nicht bekommen. Hm, ich auch nicht. Das ist voll unfair. Ich bin dafür, wir machen jetzt Club-Nachricht. Ja, mach Club-Nachricht. Hm, was schreiben wir? Sollen wir schreiben, Max und Finn sind viel cooler als Kevin. Ja, das ist voll cool. Und vergesst nicht, Burger-Pommes. Wanns viel Burger-Pommes jetzt? Wo ist das nochmal? So, Burger-Pommes, Burger-Pommes, Burger-Pommes. Und jetzt absicken, ne? Senden. Ja, das ist eine gute Nachricht. Und jetzt bin ich wieder dran. Ja, jetzt darfst du wieder. Ähm, geh mal in den Shop bei Kevin. Ja, oh, guck mal. Wow. Ah, Kevin, da fehlt so wenig Münzen für diesen 8-Bit. Der kann sich nicht mal den 8-Bit kaufen. Geh mal seine ganzen Jams jetzt für Münzen aus. Okay, ganz schnell. So. Oh, alles weg. Und jetzt kannst du den 8-Bit-Skin kaufen damit. Ja. Und los. Oh. Jetzt haben wir seine ganzen Münzen für Gems ausgegeben. Und für den 8-Bit, so. Den Silber-8-Bit. Seine Brawler gucke ich ihm jetzt an. Voll schlecht, hat gar keinen Brawler. Der hat Max nur 724. Das habe ich letztes Mal schon gesehen. So doof. Sollen wir irgendeinen Brawler, sollen wir welchen spielen? Du kannst deinen höchsten Brawler trotzdem spielen. Nimm Genie im Solo-Showdown. Aber es machen. Ich gehe direkt sterben. Oder soll ich spielen? Nee, nicht. Du läufst sofort in den Gegner rein und attackierst den. Der läuft voll weg. Was macht der? Hä? Der soll dich jetzt mal killen. Ja, jetzt bin ich 10. geworden. Ich gehe jetzt auf mein Account. Wir machen jetzt noch schnell mein Account, okay? Guck mal, Finn, das ist mein Account. Aber ich habe noch nicht einen Buzz. Den habe ich noch nicht. Du hast. Dann musst du den jetzt unbedingt ziehen. Du weißt doch Kevins Passwort für die Gems. Ja, äh, ja. Ich glaube schon. Ich mache jetzt, sollen wir Boxen machen jetzt? Auf, machen? Ja, machen. Und wenn es nicht reicht, dann lade Gems auf mit Kevins Passwort. Okay, warte. Wir machen jetzt Mega-Box. Schnellwillen. Ich wollte auch Buzz haben. Ich habe den noch nicht. Oh. 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 Zwei. Zwei Waller. Oh nein. Ein Rift Gadget. Nein. Zwei Gadget. Deswegen hat sich Gadget. Man will immer Waller bekommen und bekommt dann aber Gadget. Oh, wieder zwei Sachen. Nein. Nein. Ich habe nie. Oh nein. Nur drei verbleibende Kickenstände. Du musst es machen wie ich. Du musst ganz oft Burger Pommes sagen und dann siehst du was. Burger Pommes. Burger Pommes. Burger Pommes. Ja. Oh nein. Oh, nun geht das. Jetzt musst du dich an Kevins Passwort erinnern. Bestimmt, dass es ein Passwort mit seiner Freundin zu tun hat. Ja, ich weiß. Ich probiere es. Oh, es hat geklappt. Es hat geklappt, Finn. Es hat geklappt. Ich bin voll slow und du hast dich voll gut erinnert. Guck. Nein. Wieder Star Power. Oh, ich ziehe nur so doofe Sachen. Du kannst so aus dem Aufladen, bis du fass bekommst. Ja, wir müssen schnell sein. Ich weiß nicht, wie lange der beim Bäcker ist. Ich muss. Wie kann ich dir helfen, Max? Dass du mehr Glück hast. Ich weiß nicht. Du musst einen Burger Pommes holen. Ich habe aber keinen Burger Pommes. Ich habe letztens Happy Meal gegessen. Das ist leer. So, dir einfach so weiter. Ich habe hier Alba von Lukas. Ja, trinken. Okay, dann trink ich Alba. Verdammt, ich ziehe nichts, Finn. Ähm. Oha, du hast gar nichts gezogen. Wir machen nochmal schnell Jams. Hoffen, es klappt jetzt. Ich habe eine Idee, Max. Ja. Wir sagen gleichzeitig die ganze Zeit, Kevin ist doof. Und dann siehst du was. Und? Kevin ist doof. Kevin ist doof. Kevin ist doof. Kevin ist doof. Nein. Ey Mann, Max. Das ist voll Pech. Mann, das bringt nichts. So, nü. Das klappt nicht, Finn. Wenn ich einen neuen Brawler kriegen. Du hast voll Pech, Max. Was wird Kevin sagen, wenn der die Zams sieht, die du ausgegeben hast? Oh, zwei Sachen. Oh, was? Das ist Amba. Du hast einen Baller bekommen. Amba. Oha. Die ist viel cooler als Bud. Du hast einen legendären Brawler bekommen, weil Kevin ist doof. Ja, Kevin ist doof. Kevin ist doof. Sag dir, Max hat Glück gebracht. Jetzt habe ich neun Brawler für einen legendären Cook. Voll cool. Boah. Das ist geil. Das hat voll Spaß gemacht, Kevin zu zerstören. Ja. Danke, Finn. Jetzt glaube ich, reicht das. Sonst kriege ich, glaube ich, zu viel Ärger. Okay, Max. Tschüss. Tschüss. Tschüss.